So, herzlich willkommen. Heute ist etwas speziell. Es ist das letzte Video. Und aus diesem Grund, weil das eine traurige Sache wäre, habe ich mir Ihre Unterstützung geholt. Und die ist auch schon da. Sigi! Hoi! Neuer Rekord, 22 Minuten. Voll geil. Wir können doch auch schon ein paar Barriere zusammen ins Eich machen. Es ist natürlich vieles entstanden. Und das wäre schön, wenn wir es uns gemütlich machen und etwas zurückzuschauen. Das ist nichts Schöneres als das. Sorry zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich wieder mal in den Haulis-Bauksern. Ui, 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 ui. Schau mal, die zwei jungen Bursten. Was war das? 2018 oder 2019. Das ist der, der du so oft verkackt hast mit den 39. Und 41 Millimeter. 41, 34. Ja, 44, Mann. Jedes Wort musste stimmen. Oh, das war ja so steif. Immer das Gleiche. Ich weiss, das hätte mich angeschissen müssen. Wir waren in diesem Keller unten. Und der Sigi hunderte Mal, beim 101. Mal hat das dann angebracht. Ich bin kein Schauspieler, ich kann nichts auswendig lernen. Der sieht noch nie den Moppein. Der Moppein? Ja, und je mehr das uns wiederholen muss, desto verreckter wird es, oder? So rettet zusammen. Ich wünsche euch... Bei der Begrüssung. Tschüss zusammen. Nein, Katastrophe. Kannst du immer noch sein jetzt? Ja, sicher. Ich hatte viele Autounfälle. Überschläge. Und dann hat es mir immer die Birre mal ein wenig links und rechts. Hier der Baum. Kann er Überschlag und dann mit dem Dach am Baum hängen bleiben. Und ich liege irgendwie so wie so einen 100 Kilo Wurm auf der Scheibe der Beifahrerseite. Und dann hat es mir die Hura rüber umgeknackst und grauhaft. Und seitdem hast du das? Ja, und seitdem kann ich links mal weiter hinter schauen als rechts. Also wir haben den Finger noch nie in die Poppe steckt. Also. Vollkampf. Weisst du, das war der verdammte Aufwand. Gut, also, wir haben hier die Fragen. Wer fängt an? Ich. Sehr gut. Wir sind uns immer so schön einig. Ja. Wie hat alles angefangen? Steht da drauf. 2013 haben wir uns das erste Mal gesehen, als du ein Töftchen abgeholt hast bei mir. Dubiose Kerle. Ja, ja. Gerade Barzahlen. Gar kein Vertrauen. Dann ist es mal um einen Kalender gegangen, glaubst du? Ah, für... Und dann hast du mich gefragt... ... ob ich Hübelchen habe. Und dann habe ich hier diverse Ideen gesehen. Custom Ideen. Und dann haben wir die angefangen zu machen. Klar. Ja. Klar. Zigi. Optimiert. Weiterentwickelt. Ja. Ist ja auch für Gesellschaft. Dort, wo du aufgehört hast, denke ich, habe ich angefangen. Ja. Und dann sind wir doch auf die glorische Idee gekommen, dass du dich vermarkten kannst. Jetzt bin ich. Nein, ich. Nein, ich. Es gibt einen verdammten Blockhallen. Was war speziell? Ja, das ist eigentlich alles... Es ist alles langweilig. Es ist alles langweilig. Daily Business eigentlich. Ja. Ja, das ist, wenn man halt über eine Kommstüge macht speziell. Aufhören. Aufhören. Also ich habe ganz speziell geil gefunden, den einen Tag, meinen Geburtstag, wo man das Dreirad auseinanderkissen hat. Ha, 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 ha. Ich wollte ja ausschrauben. Ich glaube. Ha, 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 ha. Wo da der Zylinder am Toren geflogen ist. Ha, 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 ha. Urheil. Wow. Scheisse. Dammisierk. Das ist der schwarze Tart, ja. Nein, der schöne Zylinder. Dann natürlich diverse Mal etwas explodiert oder anfangen zu brennen. Fast alle abpacken. Einige Sachen, die einfach passieren. Mir und Cyril. Helga war ein Spezielles für mich. Kann man im fortgeschriebenen Alter Angst vor einer Mofa haben? Ich weiss. Ja, kann man. Weil es einfach ein voll geiler Typ ist. Er ist so ähnlich drauf. Der Fischtail, oder? Jedes Mal ist es wieder völlig anders. Wie in so einem neuen Gig, wie wenn du ein Konzert machst als Sänger oder so. Es ist nie gleich. Es hat immer etwas Geiles, etwas Spezielles, etwas Unvorhergesehenes, was passiert oder so. Erkennst du jedes Töffel per Ton, wenn wir da laufen lassen? Sachs 503, Linda. Da haben wir ein BED 1926, KTM Junior, Tornado, Boni, Stacco, KTM, Express, Rex, Tour de Suisse, Boni, KVN, Triumph! Kahful! KT Das ist super geil! Die Benzinhahn zu lassen, ich muss ihn nutzen. Es ist einfach geil, ein Hobbel, der läuft wie die verdammte Sau. Die Vergangenheit ist schön, aber die Zukunft ist noch viel geiler. Es gibt einen eigenen Channel, das ist richtig geil. Ich bin nicht nur Töpfe. Klar, das ist ein grosser Teil, aber da gibt es Auto und Töpfe und alle Scheissdreck, die die Welt nicht braucht. Und das gibt einen Ohrknall. Ja, das kann ganz schlimm werden. Gut, Sigi, und jetzt? Wie lässt du los? Jetzt gehen wir zuerst ein bisschen runterfahren. Sehr geil! Das ist schon wirklich neu. Du bist aufbereinst, das ist ein Robben. Du bist so ruhig, du bist rein. Das ist ein Blut, das ist ein Blut. Du bist so ruhig. Es ist ein Blut. Du bist so ruhig, anh Ruhig. So. Fertig mit dem Scheiss. Also, das war überhaupt nicht authentisch. Authentisch geht es aber weiter auf dem Signature Channel. Und danke für nichts. Verpissen wir uns. Ade Messi. Ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR